Und in Hittisau in Vorarlberg begrüße ich jetzt den Migrationsforscher Gerald Knaus, dessen neues Buch Welche Grenzen brauchen wir im Oktober erscheinen? Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Knaus, vor fünf Jahren kamen eine Million Menschen nach Europa, heuer sind es sehr, sehr viel weniger. Woran liegt das denn? Wollen weniger Menschen nach Europa oder wurden Europas Grenzen einfach dicht gemacht? Naja, wir haben zwei Dinge, die zusammenkommen. Das eine ist, dass wir eigentlich jetzt endlich beginnen müssten, klar zu sehen, dass es 2015 und 2016 eine absolute Ausnahmesituation war, die natürlich damit zu tun hatte, dass wir die größte Flüchtlingskatastrophe seit Jahrzehnten, seit den 70er Jahren, nämlich die syrische, vor den Toren Europas hatten. Also der Grund, warum auf einmal so viele Menschen, eine Million in einem Jahr nur nach Griechenland kamen, der lag natürlich daran, dass wir Millionen Syrer hatten, die schon viele Jahre in die Nachbarländer vertrieben waren. Das Zweite, und das ist beunruhigend für Europa, ist, dass die Methoden, mit denen wir derzeit die Zahl der irregulären Migranten senken, mittlerweile zu einem permanenten Rechtsbruch führen an unseren Grenzen. Wir haben an den griechischen Grenzen ununterbrochen zurückstoßen von Migranten auf dem Meer, auf der Landgrenze. Wir haben es an der kroatisch-bosnischen Grenze. Wir haben eine Behinderung der Seenotrettung. Und die Frage für uns heute muss sein, wie können wir Kontrolle behalten, ohne permanent die Grundwerte und auch die Gesetze der Europäischen Union zu brechen. Sie sagen, 2015 war vor allem deshalb eine Ausnahmesituation, weil es eben den Syrienkrieg gab. Jetzt gibt es dort nach wie vor nicht wirklich Frieden. Afghanistan, ein weiteres Problemland, ist nach wie vor furchtbar zu leben dort. Libyen etc., Nordafrika, all diese Problemherde gibt es seit 2015. Praktisch alle davon sind ungelöst. Kann es also jederzeit wieder passieren, dass die Zahlen dramatisch ansteigen? Also wenn wir auf die letzten 40 Jahre zurückblicken, dann sehen wir, dass letztes Jahr kamen ungefähr 100.000 Menschen über das gesamte Mittelmeer. Auch dieses Jahr näher am Durchschnitt der letzten Jahrzehnte liegen als 2015. Die Herausforderung muss aber sein, dass Europa ein System findet und auch global Initiativen ergreift, um die Flüchtlingskonvention, die im nächsten Jahr ihren 70. Geburtstag feiern wird, 1951 in Genf beschlossen, dass die überlebt. Und was wir heute erleben, ist ein Angriff auf die Flüchtlingskonvention an den europäischen Grenzen zu einem Moment, wo sich Amerika unter Donald Trump verabschiedet vom Asylrecht, wo viele große Länder, Japan, China, Indien, Indonesien, überhaupt keine Flüchtlinge aufnehmen. Also wo Europa wirklich eine Leuchtturmfunktion haben müsste, wenn uns daran gelegen ist, diese Konvention zu schützen. Und das bedeutet, dass wir einerseits Flüchtlinge, die zu einem überwiegenden Teil Europa nie erreichen, dort helfen, wo sie in einem Erstaufnahmeland Schutz finden. Das bedeutet ganz konkret für Europa natürlich Libanon, Jordanien und die Türkei, das Land mit den meisten Flüchtlingen der Welt. Hier sich zu engagieren ist für Flüchtlinge, ist weiterhin wichtig. Und das bedeutet zum Zweiten, dass wir irreguläre Migration human stoppen und reduzieren. Und das heißt schnelle Asylverfahren und Abkommen, um die, die keinen Schutz brauchen, zurückzuschicken. Und das bedeutet drittens, dass Europa sich orientiert an Ländern wie Kanada, die schon seit langem auf geordneten Zuzug, auf Neuansiedlungen von Flüchtlingen setzen. Kanada hat im letzten Jahr 20.000 Menschen nur durch Patenschaften, also wo Bürger und Kirchen und Gemeinden und Organisationen sich zusammentun und sagen, wir nehmen Schutzbedürftige auf, 20.000 in einem Jahr durch Patenschaften ins Land gebracht. Wenn so etwas in Österreich funktionieren würde, dann wären das im Jahr 4.500 Menschen. Österreich könnte damit zurechtkommen. Patenschaften führen dazu, dass Menschen schnell integriert werden. Aber wir brauchen Visionen. Wir können nicht immer nur zurückblicken auf das Jahr 2015 und sagen, gut, da haben wir was gemacht und wir erzählen unseren Enkelkindern dann in 30 Jahren, wie toll wir damals waren. Und heute auf die Herausforderungen der nächsten Jahre keine Antwort geben. Sie haben die furchtbaren Zustände an der EU-Außengrenze schon angesprochen. Wir haben es gesehen in Sizilien und in Griechenland. Die Zustände in den Flüchtlingslagern sind katastrophal. Gleichzeitig gibt es immer wieder Initiativen, Kinder, Minderjährige von dort aufzunehmen. Selbst da haben nicht alle europäischen Staaten mitgemacht. Lagert Österreich und die anderen europäischen Staaten die Verantwortung für diese Flüchtlinge an der EU-Außengrenze, an Griechenland, an Italien, an Spanien aus? Österreich war in den letzten sieben Jahren, von 2013 bis 2019, unter den Top-10 Ländern der Welt, die aufgrund der Flüchtlingskonvention Schutz geboten hat. Aber in den letzten Jahren war Österreich mit Ideen und Initiativen überhaupt nicht mehr präsent. Wir haben auf den griechischen Inseln eine unerträgliche Situation. Schlimmer als in Flüchtlingslagern in Pakistan oder im Irak. Wir haben allein in diesem Moment 6.500 Kinder, die unter zwölf Jahre alt sind, auf den griechischen Inseln. Und es gibt jetzt auch wieder Corona-Fälle in Lesbos, in Kiosk. Also katastrophale Bedingungen in einer Zeit der Epidemie, keine Versorgung. Hier helfen jetzt eine ganz kleine Zahl von Ländern. Es wurden in den letzten Monaten ungefähr 350 unbegleitete Minderjährige und kranke Kinder von den Inseln, vor allem nach Deutschland, aber auch nach Finnland, Portugal, Luxemburg gebracht. Es wäre vernünftig und ich glaube, es wäre für ein Land wie Österreich möglich und würdig, zu sagen, wir beteiligen uns hier auch. Denn was ist die Perspektive für diese Menschen auf den Inseln? Griechenland schickt seit Monaten aufgrund der Corona-Beschränkungen niemanden mehr in die Herkunftsländer zurück. Es gibt kaum freiwillige Rückkehr. Es gibt aufgrund des Zusammenbruchs der Einigung mit der Türkei keine Rückführungen mehr in die Türkei. Also diese Menschen, die jetzt dort sind, die werden entweder im Winter noch dort sitzen oder die anderen Europäer ergreifen eine Initiative. Und ich glaube, der Moment ist wirklich gekommen zu sagen, wir wollen nicht mehr zuschauen und das ewig weiter diskutieren. Wir wollen uns hier engagieren. Aber europäische Verteilung von Flüchtlingen ist in den letzten fünf Jahren immer gescheitert. Sehen Sie irgendeine Perspektive, dass es tatsächlich so etwas wie einen Schlüssel geben kann, in dem sich etwa auch nur einige Kinder aus Griechenland tatsächlich effektiv über Europa verteilt werden könnten? Die Diskussion darüber, Länder zu zwingen, Flüchtlinge aufzunehmen, ist gescheitert und hat nichts gebracht. Der einzige Ansatz, der funktionieren kann, ist der, den wir seit Jahrzehnten im internationalen System haben. Bei den vietnamesischen Bootsflüchtlingen haben einige Länder etwas geleistet und gesagt, wir nehmen sie auf. Bei der Verteilung der ungarischen Flüchtlinge haben wiederum einige Länder gesagt, wir machen mit. Und so muss es auch jetzt sein. Und die Frage für jedes einzelne Land, für jede Gesellschaft muss sein, an wem orientieren wir uns? Orientiert sich Österreich an Ungarn oder an Kanada bei der Aufnahme von Flüchtlingen? Wollen wir uns an der Schweiz und Schweden orientieren, wenn es um die Finanzierung von Organisationen wie dem UNHCR geht oder an den ärmsten Ländern Europas? Hier ist die Frage, welche Koalition entsteht und hier gibt es auch eine Chance auf einen Durchbruch. Denn wenn in Amerika ein neuer Präsident gewählt wird, Joe Biden im November, ich hatte heute Gespräche mit Amerikanern, die für Joe Biden sein Programm, falls er die Wahlen gewinnt, vorbereiten. Und eines seiner Versprechen war, im ersten Jahr wieder 120.000 Flüchtlinge aufzunehmen. Damit würde Amerika wieder das erste Land der Welt sein für die Aufnahme von Schutzbedürftigen. Und hier mit Deutschland, mit Kanada, mit Amerika und einigen europäischen Demokratien voranzugehen und zu zeigen, dass die Flüchtlingskommission nicht sterben muss, das geht nur mit einer Koalition, aber das wäre ein würdiges Ziel. Und ich würde hoffen, dass auch ein Land mit so einer starken Tradition im humanitären Bereich wie Österreich da dabei ist. Herr Knaus, vielen Dank für das Gespräch und einen schönen Abend nach Varlberg. Vielen Dank und Grüße aus Itisau.